Obstfasten ist eine Form der Diät, eine Form der Reinigungskur, eine Form eines Reinigungsfastens. Im engeren Sinne ist Obstfasten kein Fasten, wenn man sagt, Fasten heißt der Verzicht auf feste Nahrung, aber Fasten hat im Deutschen ja verschiedene Begriffe. Bei den Katholiken heißt ja manchmal Fasten einfach nur auf Fleisch zu verzichten, bei den Evangelischen gibt es in der Fastenzeit auch mal die Aussage verzichte mal auf Süßigkeiten oder verzichte auf Schimpfwörter oder verzichte auf alkoholische Getränke und das wird dann auch schon als Fasten gesehen. Oder es gibt zum Beispiel im Ayurveda gibt es das Süppchenfasten, das heißt man isst einfach nur eine sehr dünne rote Linsensuppe oder es gibt das Kitscheri-Fasten als Spezialdiät für manche Panchakarma-Kuren oder bei den Makrobioten gibt es auch das Reisfasten, wo man nur Vollkornreis zu sich nimmt. Und in diesem Sinne gibt es auch Obstfasten. Und eine Woche oder einen Monat nur Obst zu dir zu nehmen kann etwas sehr Reinigendes sein, etwas Belebendes sein, kann deinem Verdauungssystem die Möglichkeit geben, sich zu regenerieren. Du bringst so viel Prana in dein System und du kannst sogar auf diese Weise tiefer meditieren. Also es ist durchaus eine empfehlenswerte Sache, Wenn du nicht das volle Fasten machen willst, Saftfasten oder sogar Wasserfasten, dann probiere einfach das Obstfasten aus. Wiederum gibt es beim Obstfasten verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist so das Mono-Obstfasten. Zum Beispiel kannst du einen Tag nur Apfel essen oder du kannst auch eine ganze Woche dich nur von Melonen ernähren. Das ist ein einfaches Obstfasten, eben nur mit einem Obst. Oder gerade dann, wenn du es etwas länger machen willst, dann kannst du auch verschiedenes Obst essen. Es gibt sogar manche, die schließen dann sogar Avocados in ihr Obstfasten ein. Und dann kannst du durchaus auf bis zu 1000 Kalorien kommen oder 1200. Du wirst dann zwar etwas abnehmen, aber nicht zu viel und du wirst auch voll leistungsfähig sein. Also Obstfasten eine schöne Weise der Reinigung und auch eine Art Kur und auch um tiefe spirituelle Erfahrungen zu machen. Obstfasten hat natürlich auch den zusätzlichen Vorteil. Du ersparst dir das Kochen, das Saftpressen und so weiter, Entsaften und das Entsorgen von vielem Abfall. Du nimmst dir einfach ausreichend frisches Obst. Du kannst ja für drei, vier Tage Obst kaufen und dann brauchst du dich drei, vier Tage lang nicht zu sorgen um Kochen und Abwasch und so weiter. Denn du isst einfach das ganze Obst und wenn Schale üblich bleibt, kannst du es direkt in den Kompost tun. So hat also Obstfasten auch einen praktischen Vorteil. Sohbeten